Das neue Geschirr. Elisabeth hat's gesehen und wird das natürlich unbedingt haben. Ist... ist schön. Was führt dich denn her? Ich... ich wollte fragen, ob ich... 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 Und... Sie lieben... Ich bin glücklich, dass ich das Sprache habe, ich bin glücklich und ich bin glücklich. Ich bin glücklich, dass ich das so ein bisschen verstanden habe. Untertitelung des ZDF, 2020